Mein Name ist Adrian und in diesem Video möchte ich dir einen Einblick geben in unser Regal. Wir als Videoproduktion, wir haben ganz schön viel Zeug und genau in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie gehen wir mit diesem Material um, wie lagern wir es ein, um es dann auch schnell für die Produktion wieder verfügbar zu haben. Und natürlich werde ich auch einen groben Überblick über das unterschiedliche Material geben, was wir eben in der Videoproduktion einsetzen. Und was ist erstmal wichtig an so einem Regal? Dass es möglichst die gesamte Fläche nutzt, die wir hier zur Verfügung haben. Wir sind in Wiesbaden-Mitte, wir haben hier keinen Quadratmeter zu verschenken. Es geht wirklich darum, hier in den Räumlichkeiten das Maximum zu nutzen. Und dafür ist es erstmal wichtig, halt ein Regal zu haben, das die Fläche auch gut nutzt. Und da vielen Dank an Paul und Malte von Creators Collective, die gemeinsam mit uns dieses Regal hier gebaut haben, als wir in diese Räumlichkeiten hier eingezogen sind, um eben diese Fläche gut nutzen zu können. Der zweite sehr wichtige Punkt für uns ist die Positionierung von dem Regal. Wir sind hier nicht irgendwo im dritten Stock ohne Aufzug, sondern wir sind im Erdgeschoss mit sechs Metern ungefähr zum Kofferraum von unserem VW-Bus. Und das macht einen Riesenunterschied eben in der logistischen Arbeit. Wir können super, super schnell hier einfach das Material ins Auto packen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass das Regal eben eingepasst ist auf die unterschiedlichen Materialien, die wir hier eben einlagern wollen. Und worauf wir geachtet haben, sind diese Euronorm-Kisten, das ist quasi wirklich vom Container auf die Palette auf die Kiste runtergenormt. Und damit haben wir die Möglichkeit eben viel von unserem Material zum einen hier zu lagern, zum anderen aber auch in diesen Kisten tatsächlich mit zu den Dreharbeiten zu nehmen. Es gibt für diese Euronorm-Kisten beispielsweise hier auch so Rollbretter, wo wir dann eben auch mehrere von diesen Kisten draufpacken können. Die gibt es entweder so oder es gibt sie eben auch für eine Kiste. Und so machen wir quasi unsere Türme, setzen Deckel drauf, können es beladen, können es mit Spanngurten festziehen und haben so in der Regel sehr, sehr schnell in kurzer Zeit bei unseren Videoproduktionen das Material da, wo es sein soll. Das heißt, wir optimieren jedes Mal eigentlich, wenn wir vom Dreh kommen und überlegen uns, wo können wir nochmal Zeit sparen, um das Material schnell an die entsprechenden Orte zu bekommen. Und ein weiteres Aufbewahrungsmittel, sage ich jetzt mal, neben diesen Euronorm-Kisten ist für die hochwertigere Technik unsere Cases. Wir haben zum einen von Peli halt solche kleinen Cases oder unseren großen Kamerakoffer. Und da haben wir auch darauf geachtet, dass dieses Case hier eben wunderbar hier unten drunter passt. Denn man muss letztendlich auch sagen, das Material ist richtig schwer, was wir hier haben. Und dementsprechend, klar, wir nutzen die Fläche hier nach oben. Aber nach oben sollte es möglichst auch immer leichter werden und natürlich auch immer weniger genutzt werden. Und deshalb ist hier unten so auf den untersten Ebenen das, was eigentlich in der Regel immer mitfährt. Und das sind eben diese Kamerakoffer. Dazu haben wir noch einen Koffer hier, wo das ganze Hardware-Zeug drin ist. Also beispielsweise haben wir hier drin jetzt einen Manfrotto Friction Arm, Universalklammern, alles, was so an Hardware-Adaptern und Klammern und so weiter notwendig ist. Und wir haben hier ganz hinten drin, haben wir noch einen Koffer. Und da ist unsere Aputure Nova drin, die Aputure Nova. Und damit können wir als RGB-LED sehr flexibel uns an Lichtbedingungen anpassen und auch viele Effekte machen. Und wenn ich schon mal beim Thema Licht bin, zeige ich hier drüben auch nochmal unsere andere große LED. Und das ist die Aputure 600D Pro. Und die LED ist eigentlich auch fast bei jedem Dreh mit dabei. Und hier oben drauf sieht man noch eine Spielerei von mir. Wenn wir jetzt schon mal gerade hier sind, kann ich das nochmal zeigen. Wir haben hier so Spiegel, mit denen wir aus Acryl, könnte man sagen, aus Acrylmaterial. Und mit dem werden wir in Zukunft auch nochmal ein bisschen gucken, ob man so kreativ mit dem Licht arbeiten kann, Licht da drauf fallen lassen kann, mit Reflektionen arbeiten kann, sodass das Ganze ein bisschen natürlicher vom Look her wird. Kurzer Exkurs an dieser Stelle. Was braucht man natürlich noch für Licht? Die richtigen Stative. Und da haben wir ganz unterschiedliches Material. Hier, wir können mal hier bei dem großen Lichtstativ anfangen. Das ist sowas, wenn man auf sehr krasse Höhen muss oder wenn man vor allem mit diesem Auslegearm hier, den man eben auch dann in der Horizontal nutzen kann. Und da hat man dann die Möglichkeit, wirklich über eine sehr lange Strecke hier mit diesem Ausleger dann auch eine Spitze beispielsweise zu setzen in dem Raum. Und das ist so die eine Thematik. Dann haben wir natürlich C-Stands. Dafür haben wir hier so eine extra Tasche, wo zwei C-Stands immer drin sind. In der Regel reichen uns zwei C-Stands mit Sandsäcken und so weiter, werden die dann fixiert. Und die C-Stands sind eigentlich auch fast bei jedem Dreh mit dabei. Während das große Stativ nicht immer mitfährt, da müssen wir wirklich genau wissen, wofür brauchen wir das jetzt an dieser Location. Weil sonst ist der Aufwand auch logistisch dann einfach zu hoch, das mit ins Auto zu nehmen, dann eine Location auszupacken und so weiter. Das ist wirklich nur für gezielte Einsätze haben wir das mit dabei. Das Schöne dabei, man hat es auch gleich auf Rollen. Beispielsweise drehen wir relativ viel auch in Museen. Da haben wir dann auf Rollen dann die Möglichkeit, mit der LED dann immer weiterzuziehen, von Ausstellungsraum zu Ausstellungsraum. Eine große LED draufzupacken und gleichmäßig alles auszuleuchten. Okay, hier sind dann die kleineren Stative. Das ist quasi hier so der Auslegebereich von diesem Regal, das uns eben auch dann die Möglichkeit gibt, dass das Regal frei im Raum steht und nicht an der Wand montiert werden muss. Deshalb gibt es hier auch diesen kleinen Ausleger und hier haben wir eben unsere Stative gelagert. Und da sind erstmal diese Stative hier zu nennen von Manfrotto. Das sind unsere Lichtstative. Das sind so Sets, da haben wir immer drei in einer Tasche drin. Und das Schöne bei diesen Lichtstativen ist, dass die sich so schön kombinieren lassen in ein Paket. Und jetzt hat es hier gerade nicht gepasst. Aber normalerweise lassen die sich so aneinander klicken. Und dann kann ich eben mehrere von denen aneinander machen. Ich weiß jetzt nicht, warum jetzt hier das eine nicht will. Aber davon haben wir drei Sets und die sind in der Regel auch mit dabei. Das sind so kleinere Lichtstative, wo ich mir halt mal eine LED draufsetzen kann. Und dann haben wir hier noch unsere Sachtler-Stative. Und das sind eigentlich so die Stative, die wir für die Videoproduktion hauptsächlich für unsere Kameras nutzen. Das ist das Sachtler Flowtech-System, was wir auch jetzt schon echt eine ganze Weile im Einsatz haben. Hier jetzt ein etwas neueres Stativ von uns. Und das Coole bei diesen Stativen ist, dass wir die Möglichkeit haben, das einmal hier oben an allen Seiten einmal aufzuklacken. Und dann können wir es einfach oben hochheben und die Beine fahren komplett mit aus. Und wir haben nicht, wie bei anderen Stativen, das an der Seite an jedem Bein so, dass wir jedes Bein einzeln öffnen müssen. Und so die Stative irgendwie schwierig ausfahren müssen. Gerade wenn man hier oben drauf richtig Gewicht hat, dann ist so ein Sachtler Flowtech-System einfach schön. Und das Stativ ist auch im Vergleich zu, wie stabil es dann steht und so, relativ leicht und lässt sich gut auch hier zusammenpacken und transportieren. Natürlich haben wir auch noch viele weitere Stative für Licht und auch für Kameras. Aber das ist so hauptsächlich das, was eigentlich immer mit dabei ist. Und noch ein Spezialstativ, was ich auch sehr zu schätzen weiß, das ist da ganz oben eingelagert in dieser schwarz-roten Tasche. Das sind unsere Autopoles. Und die Autopoles, kennt man vielleicht hier von diesem YouTube-Channel, bieten einem die Möglichkeit, auf der horizontalen wie vertikalen zwischen Wand und Wand oder zwischen Decke und Boden eben sich als Teleskopstange das einzuklemmen. Und damit können wir eben wirklich, ohne jetzt ein Dreibein irgendwo im Raum stehen zu haben, die Möglichkeit haben, Sachen anzubringen mit einer Manfrotto-Klammer beispielsweise. Und da ein Licht zu befestigen, eine Kamera zu befestigen, überall da, wo super wenig Platz ist. Oder eben auch in kleineren Räumen mal eine Traverse zu setzen und dann eigentlich gar kein Licht im Raum stehen zu haben, sondern alles eigentlich an der Decke befestigen zu können. Sehr, sehr häufig auch im Einsatz. Macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Genau. Und ansonsten sind hier Lichtformer vor allem eingelagert. Wir haben hier Softboxen, wir haben hier Lanterns von Aperture, wir haben hier noch eine Softbox für die Nova 300er, wir haben noch eine kleine Softbox, also unterschiedlichste Sachen. Ich kann auch hier das mal zeigen. Das ist einfach so ein kleiner Schirm, den man auch super einfach als Lichtformer halt nutzen kann, weil er eben super schnell auch aufgebaut ist. Und das ist eigentlich das, was wir so in der Produktion merken, dass wir sehr häufig, wenn wir auf YouTube unterwegs sind und uns irgendwelche neue Kameratechnik anschauen, dass wir sehr häufig irgendwie sehen, oh, das ist geil, das können wir unbedingt gebrauchen und wir können damit das und das machen. Wir müssen das dann immer auf die Probe stellen, bei welchen der letzten 50 Produktionen hätten wir es denn tatsächlich mitgenommen und eingesetzt. Weil in der Regel ist für ganz vieles gar keine Zeit, was man gerne machen wollen würde. Beispiel Kameraslider. Super selten ist die Zeit, einen Kameraslider aufzubauen und deshalb braucht es einfach solche Tools wie diesen hier, wo man einfach super schnell das hier einfach in ein Stativ gesteckt. Schon habe ich eine diffuse große Lichtfläche, wo ich eine LED reinballern kann, um weiches Licht zu bekommen. Und zack, habe ich das Ganze wieder abgebaut und wieder in die Tasche gesteckt. Und deshalb, es sind gar nicht unbedingt so die teuren und riesigen Geschichten, die dann für die Videoproduktion im Alltag einen großen Unterschied machen. Da oben habe ich es gesagt, je seltener wir Sachen verwenden, umso weiter hoch kommen sie. Ganz oben ist unser Kameraslider, weil ich es ja gerade gesagt habe, ganz oben liegt der Kameraslider, weil er einfach nur bei ganz, ganz wenigen Produktionen tatsächlich zum Einsatz kommt. Auch wenn das Material super ist, was man damit bekommen kann. Schauen wir mal weiter. Hier haben wir so die Arbeitsfläche, sag ich jetzt mal, wo unsere Kameras halt stehen, wo wir die zusammenbauen, wo ich Tests auch mache. Und hier haben wir beispielsweise jetzt so eine kleine Fujifilm stehen, gerade mit dem neuen Rode Mikrofon, das gerade angekommen ist. Wir haben hier unsere Fujifilm X-T3, die jetzt sehr, sehr lange als Gimbal Cam bei uns eingesetzt worden ist und auch als B-Kamera für die C300 Mark III. Drüben sind natürlich im anderen Raum, wo ich hauptsächlich meine YouTube-Videos drehe und auch meinen Studio- und Arbeitsplatz und so weiter habe. Da ist unsere Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K im Einsatz und das ist quasi so die B-Kamera, die für vieles eingesetzt worden ist. Und die wird jetzt ersetzt durch die R5C von Canon, die jetzt hoffentlich noch diese Woche bei uns eintreffen wird. Genau, das ist so die Arbeitsfläche. Hier sind dann auch SD-Karten-Cases, wo man irgendwie die Speichermedien einliest oder hier SSDs. Also hier ist so quasi der Platz, wo man halt Dinge ablegt und neu konfiguriert. Auch immer wichtig ist, Werkzeug irgendwie mit am Start zu haben. Hier drüben sieht man noch ein paar andere Kameras. Wir haben hier die Kamera, mit der ich angefangen habe, professionell Film zu machen, würde ich mal so behaupten. Die EOS C100 Mark II. Tolle Kamera. Ich habe lange gedacht, dass die davon nochmal einen Nachfolger bringen. Haben sie bisher nicht. Das ist noch eine Full-HD-Kamera. Bisher gab es keinen C100-Nachfolger. Es gab dann die C70 jetzt. Ich würde sagen, das ist so ungefähr das Äquivalent davon, was es halt dann damals gab als Full-HD-Version. Und das war wirklich so die Kamera, wo ich einfach als junger Mensch davon geträumt habe, so eine richtige Filmkamera in der Hand zu haben. Und dann war es die und damit habe ich sehr viele Jobs gemacht. Und deshalb wird die auch immer hier bei uns bleiben. Die wird nie zu verkaufen sein. Schöne, schöne Kamera. So, dann haben wir hier von Blackmagic die Studio-Kamera 4K. Pro ist das hier. Riesen-Display hier hinten dran. Wird vor allem von uns eingesetzt für Livestreaming-Situationen. Ist eine super Cam. Wir haben hier unten, sieht man auch, auch noch unterschiedliche Sachen, die wir hier adaptieren können. Wie beispielsweise hier so ein Zoom-Demand und Fokus-Demand. Und da kann man eben dann schön mit dieser Kamera auch als Follow-Cam, sag ich jetzt mal, arbeiten bei Livestream-Produktionen. Und dann haben wir hier noch eine kleine und preiswerte PTZ, wo wir immer mal Sachen mit ausprobieren. Gerade so Menüs und Steuerungen und solche Geschichten. Dann haben wir noch unseren Ronin hier. Mit dem Ronin wird auch sehr viel gearbeitet. Wir haben schon mit dem Vorgänger, dem Ronin S, sehr, sehr viel gearbeitet. Und auch da wieder das Thema, wie schnell kann man damit arbeiten. Und das muss man einfach sagen bei den Ronins. Die kann man, wenn man damit viel arbeitet, weiß man einfach, wie schnell und effektiv man mit diesen Geräten hier Ergebnisse erzielen kann. Und deshalb wird so ein Ronin auch immer Teil unseres Setups sein. Klar, man kann irgendwie noch ein fancy Steadicam, was auch immer Setup haben. Aber mit diesen Teilen kriegt man einfach so schnell ein gutes Ergebnis hin. Deshalb kommen die auch eigentlich bei jeder Produktion bei uns zum Einsatz, dass so ein Gimbal dann eben auch mit dabei ist. Und es ist wirklich beeindruckend. Eigentlich müssen wir dazu in Zukunft mal ein paar mehr Videos machen. Es ist wirklich beeindruckend, was da für Smart Features und so weiter alles auch dahinter stecken. Schauen wir uns noch mal weiter das Thema Infrastruktur hier an. Hier sieht man beispielsweise nicht gerade besonders aufgeräumt aktuell. Aber das ist so unsere Kiste, wo halt alle Akku-Ladegeräte drin sind. Und wir haben da eine Steckdosenleiste mit einem Stecker. Und wir wollen das alles schon länger mal in den Koffer umbauen und so weiter. Aber diese Kiste ist einfach genial, weil sie hier im Regal einfach mit drin ist. Wird eingesteckt. Und vor allem machen wir es in der Regel so, dass die Kiste mit zu größeren Dreharbeiten mitkommt. Erster Vorteil, wir vergessen nie einen Akku, der gerade noch am Laden ist hier im Büro. Weil die Kiste kommt ja mit. Und der zweite Vorteil ist, wir können während der Produktion sehr schnell unsere komplette Akku-Infrastruktur dort anschließen und laden. Das heißt, wir müssen nicht überlegen, okay, aus welcher Tasche hole ich jetzt welches Ladegerät, um dann eben die Akkus zu laden. Sondern es ist alles mit hier in dieser Kiste drin. Und häufig ist es sogar so, dass die Akkus dann einfach hier drin bleiben, während der Produktion halb aufgeladen, sonst irgendwas. Man stellt die Kiste dann wieder hier im Büro dahin, schließt sie wieder an und lässt die Akkus halt fertig aufladen. Und da haben wir wirklich die unterschiedlichen Ladegeräte eben drin. Und eben auch so ein Multiladegerät auf USB-C bzw. Mikro-USB, wo wir dann eben unterschiedliche Geräte dran anschließen können. Und das Gleiche finden wir hier oben dann auch nochmal. Hier oben wird natürlich auch geladen. Hier haben wir so einen Multi-Charger von Anker über USB. Es wird einfach mittlerweile sehr, sehr viel über USB geladen. Aber wir haben hier oben auch so einen kleinen Tower stehen, wo eben unterschiedliche Sachen angeschlossen werden können. Hier oben fürs Aufladen und hier unten sieht man auch, wir haben eben hier unterschiedliche solcher Taschen. Super, super wertvoll, solche Taschen zu haben. Auch wieder, was das Verpacken und so angeht. Wir haben damit die Möglichkeit, immer zu sehen, was ist in der Tasche drin. Und wir haben eben auch die Möglichkeit, unsere Sets eigentlich immer zusammenzuhalten. Und das ist eigentlich das, was wir hauptsächlich auch jetzt in der letzten Zeit in der Videoproduktion Fokus drauf gelegt haben. Dass wir eben Sets haben von Dingen, die eigentlich immer so vollständig sind, dass man sie einfach greifen kann und mitnehmen kann. Das ist beispielsweise hier auch der Fall. Und ich sehe genau, dass jetzt hier was fehlt, weil das gerade bei mir an der Hose steckt, um eben dieses Video hier, diesen Ton aufzunehmen. Und dementsprechend ist hier unser Audioset mit dem Zoom F6. Das kann ich ja nochmal sagen, was haben wir hier in Zoom F6? Wir haben hier die Sennheiser AVX-Funkstrecke. Wir haben hier die Tentacle Syncs, mit denen wir unsere Kamera und Timecode synken. Und wir haben unterschiedliche Mikrofone, die man hier anschließen kann mit einem Puschel und so weiter, was halt man so in so einem kleinen Tonset mit dabei hat. Dann haben wir hier noch eine kleine Lumix Cam. Einfach für Seminare halt auch hauptsächlich, wenn man mal eine preiswertere Kamera auch braucht oder sie schulen möchte. Dann ist halt so eine Lumix Cam ganz cool. Wir haben hier zusätzlich noch Sachen, die wir halt auch teilweise geschickt bekommen von eben den Herstellern. Wir haben hier beispielsweise die YoloBox Pro oder so, was wir halt hier zum Testen da haben. Relativ neu jetzt bekommen ist das DaVinci Resolve Speed Editor Set. Das haben wir jetzt selbst gekauft, aber da sind wir jetzt gerade so ein bisschen dabei herauszufinden, wie kann man eigentlich mit DaVinci Resolve und diesem Speed Editor als Hardware-Gerät cool zusammenarbeiten. Also hier sammeln sich halt einfach so ein paar Sachen an. Wir haben hier beispielsweise leider auch noch nicht in YouTube-Videos verarbeitet, aber durchaus schon ausprobiert. Den Rodecaster Pro mit Anschlusskabel dann fürs ATEM Mini und so. Das ist quasi so die Testecke, wo hauptsächlich ich im Zugzwang bin, den Unternehmen hier was zu liefern, weil ich halt die Geräte immer wieder in die Hand nehme, immer wieder teste in neuen Situationen und Dienstleistungsprojekten. Und mir überlege, wie kann ich das einsetzen, um dann eben ausführliche Videos hier auf dem YouTube-Kanal zu machen. Und dann haben wir zusätzlich halt hier solche Cases auch mit Akkus. Und das Schöne bei den Akku-Cases ist halt auch, dass ich direkt sehe, dass die Akkus alle aufgeladen sind, weil wenn sie nicht aufgeladen wären, dann tun wir die Kontakte hier eben so rum nach oben und dann sehe ich immer direkt, welche Akkus sind aufgeladen. Klar, man kann jetzt hier nochmal einen kleinen Moderations-Klebepunkt oder sowas drauf machen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier rot und hier grün oder so. Aber für uns reicht es eigentlich, dass wir hier sehen, Kontakte nach oben. Der Akku muss eben wieder aufgeladen werden, wenn wir im Büro sind. Und so haben wir auch unterschiedliche Sets, wo dann eben unterschiedliche Sachen zusammen sind, beziehungsweise wo wir auch in einem kleinen Case hier mehrere Sachen zusammenstellen können. Hier dann noch von den Ronin die Verpackung. Dann hier ein DAS, ein Direct Attached Storage, wo wir eben unterschiedliche Festplatten hier eben in einem Festplattenverbund haben. Das sind jetzt 10 Terabyte sechsmal und damit hat man dann auf RAID 5 Konfiguration 50 Terabyte nutzbaren Speicher über Thunderbolt dann angeschlossen an unseren Mac. Und davon haben wir einfach so ein paar Geräte hier, die halt diese Speicherung aktuell noch machen. Wir werden aber in Zukunft dann auch auf ein Network Attached Storage, auf ein NAS-System umsteigen, sodass dann quasi alle Dateien hier im Projekt zentral auf einem Server in Anführungszeichen gespeichert werden. Dazu kommt halt bei uns jetzt mehr und mehr oder gerade in den letzten zwei Jahren ist es sehr verstärkt dann auch reingekommen, das Thema Livestreaming und direkte Übertragung. Also nicht Aufzeichnung, Produktion, so wie wir das im herkömmlichen Sinne vorher gemacht haben, sondern eben direkte Streaming auf Streaming-Plattformen. Und dafür haben wir eben auch entsprechende Setups hier. Und dafür ist als erstes mal hier unsere Bildregie zu nennen. Man kann ja auch mal nochmal einen kurzen Blick reinwerfen. Werden wir auch nochmal ein separates Video zu machen. Gab es auch schon ein Video zu, aber jetzt nicht in dem aktuellen Ausbaustadium. Hier haben wir ein ATEM Mini Extreme ISO drin und haben eben alles an Technik hier drin verbaut, was man sich irgendwie wünschen kann. Wir haben hier einen Monitor mit drin, wir haben hier einen Hyperdeck mit drin von Blackmagic Design. Wir haben hinten drin einen Audio-Mixer, wo man mit einem iPad dann den Audio-Mix separat fahren kann. Wir haben hinten die ganzen Schnittstellen, sodass man mit einer Kamera über SDI oder HDMI eben rangehen kann, obwohl hier der Mischer eben nur HDMI hat. Und so gibt es hier unterschiedlichste Möglichkeiten, womit wir quasi dieses Teil hier nutzen. Und wir haben uns für dieses relativ günstige Plastik-Case hier von Thomann entschieden. Einfach, weil es auch extrem leicht ist. Hier unten drunter sehen wir einmal die Holz-Variante. Da könnten wir natürlich auch einfach alles reinbauen. Aber die Holz-Variante ist eben deutlich, deutlich schwerer. Und dementsprechend, da man das auch mal alleine von A nach B tragen möchte, haben wir jetzt hier oben die Plastik-Variante. In der Holz-Variante ist aktuell so ein kleines Mini-Setup drin, wo man eine Kamera reinschrauben kann mit einem Teleprompter und so weiter. Sodass man quasi das Teil auf den Tisch stellen kann und direkt mit Teleprompter beispielsweise in die Videokonferenz oder sowas reingehen kann. Also so ein mobiles Video-Setup. Aber das ist auch immer in Bewegung, weil wir haben ja auch viele Kunden, für die wir nicht nur produzieren als Dienstleister, sondern eben auch beraten und technische Setups zusammenstellen. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, einfach Material hier zu haben, mal Sachen bauen zu können, ausprobieren zu können, dokumentieren zu können, um dann eben dem Kunden auch einen entsprechenden Vorschlag wirklich fundiert zu geben. Genau. Schauen wir nochmal weiter. Was haben wir hier noch so? Hier oben in den Kisten ist relativ unspannendes, unspektakuläres Material drin. Einfach Kabel. Wir haben hier nochmal LEDs. Da haben wir nochmal ein 50 Meter SDI-Kabel. Nochmal ein bisschen Verpackungsmaterial. Da oben sieht man von Terra Master, da haben wir noch zwei Storage-Pakete da, die wir anschließen können. Einfach so Verpackungszeug im Audio. Da oben haben wir nochmal unterschiedliche Adapter und XLR-Kabel und solche Geschichten. Hier habe ich nochmal einen Lichtformer, eine Linse, die wir vorschrauben können für unsere Aperture-Leuchten. Und wir haben hier oben auch nochmal eine Aperture-Leuchte, mit der wir arbeiten, um beispielsweise ein bisschen mehr Charakteristik in den Hintergrund reinzubekommen. Was ist hier in diesen weißen Säcken? Das ist Molton. Vielen Dank an den lieben Johannes, der das hier bei uns zur Verfügung gestellt hat. Da haben wir einfach die Möglichkeit, eben Hintergründe irgendwo reinzuziehen, Licht zu blocken oder einfach auch mal einen Hintergrund zu schaffen. Hier oben sieht man aus Alu da dieses Material, wo man dann eben wirklich frei im Raum irgendwo eine Wand reinziehen kann, um Licht zu blocken. Meistens um Reflexionen beispielsweise zu verhindern. Oder um eben auch einen Hintergrund zu bauen, wenn ich eben sonst keinen passenden Hintergrund in Räumlichkeiten bekomme. Und was ich jetzt hier nochmal abschließend sagen möchte, was sind so die Kisten, die in der Regel mitgehen? Aus unserer Mikrofonkiste nicht ganz. Da sammeln wir uns in der Regel die Mikrofone raus, die wir für die Produktion brauchen können. Aber hier diese Kisten, die fahren eigentlich fast auf jede Produktion mit. Wir haben eine Kiste mit Backup. Was ist hier drin? Hier sind Backup-Kopfhörer drin. Hier ist ein Backup-Audiosystem drin. Das ist das Rode Wireless Go 2. Falls irgendwas sein sollte, kann man damit eben auch in so einem Batterie-Case hier nochmal für guten Ton sorgen. Wir haben hier ein Erste-Hilfe-Set mit drin. Wir haben nochmal eine Leuchte hier, eine Amaran 200D mit drin. Wir haben nochmal USB-Kabel mit drin mit Chargern. Und wir haben einen ND-Filter hier mit dabei. Und wir haben sogar ein LTE-Modul hier mit dabei. Einfach egal was passiert, das ist unsere Backup-Kiste. Natürlich auch mit Tape und so weiter. Die ist auf jeden Fall immer dabei. Dann hier unten drunter haben wir so relativ einfache LEDs, sag ich jetzt mal. Wo man einfach einen Raum mit hell machen kann. Dann noch so LED-Sticks. Und hier nochmal Gewichte, um Mikrofonstative auch aufbauen zu können. Mikrofonstative nutzen wir immer mal, um beispielsweise einen Monitor zu positionieren. Solche Geschichten zu machen. Dafür ist das wirklich gut. Weil es halt einfach diesen schweren Sockel hat. Und dann haben wir ein dünnes Stativ. Und da kann man sich dann wunderbaren Monitor draufstellen. Und den dann eben auch so ein bisschen mitnehmen von A nach B. Und hat nicht immer dieses Dreibein-Stativ unten. Dann haben wir unsere HDMI- und XLR-Kiste. Hier sind HDMI-Kabel und XLR-Kabel drin. Wir haben hier aber auch unsere zwei Video-Assists. Und auch hier vielleicht nochmal der Tipp. Sets packen. Also unser Video-Assist ist immer in dieser Tasche hier mit drin. Wo alle Adapterkabel und so weiter auch mit drin sind. Und wo wir hier oben drauf auch noch eine Holyland-Funkstrecke haben. Und so ist dieses als Regie-Paket sozusagen immer hier zusammen und fertig. Und auch bei den Kopfhörern. Wir haben uns zu jedem Kopfhörer auch eben ein entsprechendes Case gekauft. Einfach damit das hier modular ist. Aber trotzdem gut verpackt in diesen Euronorm-Kisten hier drin. Dazu eben eine ganze Menge XLR-Kabel. Was man so braucht. HDMI-Kabel. Was man so braucht. Und dann eben auch nochmal hier. Nächster Schritt. Dokumententaschen. Auch sehr viel bei uns im Einsatz. Um halt einfach diese ganzen Adapterkabel. Wie jetzt hier. Ich ziehe einfach mal eins raus. Ein HDMI-Adapter. Dass wir auf Full-Size HDMI hier kommen. Und solche Adapter sind hier einfach halt in so einer Tasche gut aufgehoben. Sodass man sie nicht suchen muss. So. Schauen wir mal hier nochmal unten drunter. Das ist unsere Netzteilkiste. Hier auch einigermaßen sortiert. Damit man eben nicht lange suchen muss. Sondern eben hier die Netzteile direkt findet. Und dann haben wir hier unten drunter nochmal eine Kiste mit Strom. Wo wir Verlängerungskabel unterschiedlicher Längen haben. Und eben auch Mehrfachsteckdosen. Was wir noch nicht gut gemacht haben. Das wird jetzt bei uns demnächst noch kommen. Ist farblich die Kabel zu labeln. Für die unterschiedlichen Längen. Also für unter 3 Meter. 5 Meter. 10 Meter. 15 Meter. 30 Meter. Dass man unterschiedliche Farben dafür hat. Damit man sofort sehen kann. Das Kabel hat jetzt das Tape. Und der Farbe. Dann weiß ich, das ist 20 Meter lang. Und dann muss ich nicht lange suchen bei meinen XLR-Kabeln. Um eben ein Kabel mit der entsprechenden passenden Länge zu finden. Und das war jetzt eigentlich so der Einblick. Ich kann noch einmal sagen, wie wichtig Taschen sind. Und das hier als Beispiel rausnehmen. Taschen und Sets. Ja. Wieder hier so eine Tasche. Wo wir ein Komplett-Set drin haben. Für eine Amaran 60. Ja. Die 60D. Super coole LED auch. Leider auch noch kein YouTube-Video dazu gemacht. Super klein und kompakt. Trotzdem haben wir die Möglichkeit, hier diverse Lichtformer vorn drauf zu machen. Und das ist halt einfach so ein LED-Set. Was halt genau so halt einfach in so eine Kiste reingepackt werden kann, um es mitzunehmen. Und was wir auch haben, ist eine Tabelle, wo unser gesamtes Material gelistet ist. Wo wir einfach wissen, wie viel habe ich denn von was. Und separat zu diesem Raum hier mit den ganzen Sachen eben quasi packen kann. Mir Packlisten erstellen kann. Sodass ich das Material dann hier nur noch zusammenpacken muss in die entsprechenden Kisten. Es ist auf jeden Fall sehr viel mehr Material geworden, als ich gedacht hätte. So als wir hier eingezogen sind, war das Regal halt leer. So fast leer. Und jetzt ist mehr und mehr Material dazugekommen. Und das macht super Spaß, muss ich sagen, hier einfach ans Regal gehen zu können. Und einfach was zusammenzubauen und sich für sein Setup was zu überlegen. Und viele Komponenten einfach verfügbar zu haben und die zusammenzubauen. Ich muss aber auch sagen, je mehr Material man hat, desto mehr merkt man auch, wie viel Zeug man mitnimmt zu einem Dreh und wie wenig man dann tatsächlich beim Dreh selbst braucht. Ganz im Ernst, man braucht ein oder zwei sehr, sehr gute LEDs. Wichtig, ein gutes Stativ, immer in gute Stative investieren. Vielleicht auch zwei, drei Lichtstative, ein C-Stand und so weiter. Der geht nicht kaputt. Man kann da wirklich rein investieren in solche Hardware. Und dann auch ganz entscheidend, wo viele eben nicht gut investieren, ist das Thema Verpackung. Sich wirklich über die Logistik Gedanken zu machen. Und nicht nur einen Kamerarucksack, wo man irgendwie alles reinklatscht. Sondern es gibt ganz unterschiedliche Situationen. Mal muss ich mit dem Zug irgendwo hin, mal muss das ganze Auto mit. Und dafür einfach unterschiedliche Verpackungslösungen schaffen, damit man die Sachen ordentlich verpacken und mitnehmen kann. Denn bei uns ist bislang eigentlich nichts bei Dreharbeiten großartig zu Schaden gekommen. Und das ist eigentlich dann der große Gewinn, der sich dann auszahlt, wenn man das Material eben auch richtig verpackt und sorgsam damit umgeht. Ich hoffe, du konntest hiermit einen guten Einblick bekommen in unser Material und wie wir das hier bei uns im Büro eben entsprechend strukturieren und einlagern. Wenn dir dieses Video hier weitergeholfen hat, dann lass gerne eine positive Bewertung da. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao. Ciao.